Ein Zwei-Tor ist ein Modell für ein elektrisches Bauelement oder ein elektrisches Netzwerk mit vier Anschlüssen, bei dem je zwei Anschlüsse zu einem sogenannten Tor zusammengefasst werden. Ein Tor liegt dann vor, wenn die elektrische Stromstärke durch beide Anschlüsse eines Tors gegengleich ist. Ein Zwei-Tor ist damit eine spezielle Form eines Vierpols. Die Bezeichnung Vierpol stammt aus dem Jahr 1921 von Franz Breisig. Die bei linearen Zwei-Toren übliche Matrizen-Schreibweise geht auf Felix Strecker und Richard Feldkeller aus dem Jahr 1929 zurück. Ein Zwei-Tor ist andererseits ein Spezialfall eines End-Tores. Allgemeines Ein Zwei-Tor ist eine spezielle Form eines Vierpols. Bei einem allgemeinen Vierpol muss die Torbedingung nicht gelten. Womit die im Nachfolgenden dargestellten Zwei-Tor-Parameter und die mathematische Beschreibung mithilfe von Matrizen nur bei linearen Zwei-Toren und nicht bei allgemeinen Vierpolen anwendbar ist. Vor allem in älterer Fachliteratur werden die Begriffe Zwei-Tor und Vierpol synonym verwendet, wenn gleich dabei unter dem Begriff Vierpol implizit Zwei-Tore verstanden werden. Oft werden die Tore eines Zwei-Tors auch als Eingang und als Ausgang bezeichnet. Das Klemmenverhalten eines linearen Zwei-Tors wird durch seine Übertragungsfunktion oder seinen Frequenzgang beschrieben. Hieraus lassen sich Zwei-Tor-Gleichungen gewinnen, aus denen Zwei-Tor-Parameter zur Modellbildung gewonnen werden können.